Kapitel 24,7 Das fünfte Siegel In Offenbarung 6, Vers 9 folgende steht Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben einem jeden ein weißes Gewand und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Im fünften Siegel ist die Rede von Menschen, die um des Wortes Gottes willen umgebracht wurden. Es geht hier also um Gläubige, denn sie hatten das Wort Gottes. Und es geht um Märtyrer, denn sie wurden um des Wortes Gottes willen umgebracht. Aber es handelt sich nicht um Glieder der neutestamentlichen Gemeinde, sondern um Gläubige aus dem Alten Bund. Um das zu belegen, sollen wiederum zwei Punkte angeführt werden. Zunächst einmal haben sie nicht das Zeugnis Jesu, wie es uns zum Beispiel in Offenbarung 12, Vers 17 vorgestellt wird, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Hier hingegen finden wir in Kapitel 6 nur die Aussage, um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Offensichtlich hatten sie also noch nicht das Zeugnis Jesu. Das ist der erste Grund anzunehmen, dass es sich hier um Gläubige des Alten Bundes handelt. Der zweite Grund ist, dass sie unter dem Altar oder auch unten am Altar zu finden sind. Viele Ausleger glauben, hier sei der Altar im Himmel gemeint. Aber kann das sein? Oder gibt es noch einen anderen Altar, der hier gemeint sein könnte? Der Altar hier ist ein Bild auf die Stadt Jerusalem oder genauer auf den Berg Zion. Um das nachvollziehen zu können, muss ein wenig ausgeholt werden. Im Alten Testament gibt es einen Altar, der kaum bekannt ist und dessen Name Ariel lautet. Kapitel 24.7.1 Der Ariel In Jesaja 29 steht in den Versen 1, 2 und 7 von einem Ariel. Dort wird die Stadt des Lagers David als Ariel bezeichnet und in Hesekiel 43 Vers 15 steht, dass der Ariel ein Opferherd des Brandopferaltars ist. So übersetzen einige, zum Beispiel Schlachter, den Ariel mit Gottesherd oder Opferherd. Aus dem Zusammenhang in Jesaja 29 dagegen ist erkennbar, dass es sich um die Stadt Jerusalem handelt. Jerusalem wird also als Ariel bezeichnet. Ein Ariel ist ein Opferherd. Also bezeichnet Gottes Wort die Stadt Jerusalem als Opferherd. Der eigentliche Opferherd ist also nicht der in der Stiftshütte oder im Tempel, sondern in Wahrheit die Stadt Jerusalem selbst mit dem Berg Zion. Das ist eine interessante Aussage und lässt uns einige Bibelstellen in einem anderen Licht sehen. Denn jetzt wird beispielsweise verständlich, warum Jesus in Lukas 13 Vers 33 sagt, es tut's nicht, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Warum nicht? Weil nur auf dem Altar geopfert werden durfte. Hierüber handelte bereits eines der vorigen Kapitel. Die Stadt Jerusalem ist also der Opferherd auf dem Altar auf dem Berg Zion. Nach dem Herrenwort aus Lukas 13 sind also alle Propheten in Jerusalem getötet worden. Das ist sicher auf den ersten Blick ein befremdlicher Gedanke, aber die Bibel, ja Jesus Christus selbst, sagt es so. Die Propheten, die dort starben, ruhen in der Erde, und zwar, um im Bild zu bleiben, unter der Stadt Jerusalem, unter dem Berg Zion, nämlich unter dem Altar. Damit haben wir eine Erklärung, welcher Altar in Offenbarung 6 Vers 9 gemeint ist. Nicht ein himmlischer Altar, sondern der Berg Zion. Er ist der Altar, unter dem die gestorbenen Märtyrer ruten. Sie rief nach ihrer Rechtfertigung und ihnen wurde ein weißes Kleid gegeben. Aber zu welcher Zeit fand das alles statt? Kapitel 24.8 Die heilszeitliche Einordnung des fünften Siegels In Offenbarung 6 Vers 9 folgen gesteht, Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Christus ist nach Hebräer 7 unser hoher Priester. Wenn er das ist und das ganze Gesetz erfüllt hat, muss er auch irgendwann einmal sein Blut unten an den Altar gestrichen haben, denn das war nach 3. Mose 8 Vers 15 zur Entsündigung und Versöhnung des Altars nötig. Als Jesus selbst unser Opfer am Kreuz wurde, starb er und war drei Tage und drei Nächte in der Mitte der Erde. In dieser Zeit hat er, um im alttestamentlichen Bild zu bleiben, sein eigenes Blut an den Fuß des Altars gestrichen. Dieser Priesterdienst entsündigte nach 3. Mose 8 Vers 15 den Altar. Für die dort ruhenden Märtyrerseelen bedeutete das den Empfang des weißen Kleides, denn bisher blieb ihre Sünde ja unter der Geduld Gottes und war noch nicht gerichtet. Römer 3 Vers 25 Das geschah erst durch den Tod Jesu am Kreuz. Erst sein Blut konnte in Wahrheit entsündigen. Als der Herr nach drei Tagen auferstand, traf er im Garten Maria. Zunächst erkannte sie ihn nicht, dann aber wollte sie sich Jesu zu Füßen werfen. Jesus sagte ihr aber, sie solle ihn nicht berühren. Er war in diesem Augenblick in seiner Funktion als hoher Priester geheiligt und gereinigt für seinen Dienst. Er musste zuerst dem Vater im Himmel den Vollzug melden, das Blut, der schriftgemäß, unten am Altar verstrichen zu haben. Deshalb verwehrt er Maria, ihn zu berühren und sagt, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Johannes 20 Vers 17 Nachdem dann diese erste Auffahrt in den Himmel geschehen war, weilte der auferstandene Herr 40 Tage unter seinen Jüngern, ließ sich dann auch von ihnen berühren, aß mit ihnen und so weiter. Damit kann die zeitliche Einordnung des fünften Siegels erfolgen. Das fünfte Siegel ist durch Jesu Tod und Auferstehung und damit durch sein priesterliches Versöhnungswerk erfüllt worden. Damit ist das fünfte Siegel also keine endzeitliche Beschreibung, sondern geschah bereits vor fast 2000 Jahren. Anfangs wurde bereits erwähnt, dass die sieben Siegel in groben Zügen den Ablauf der gesamten Heilsgeschichte Gottes zeigen, von Grundlegung der Welt an bis zum Tag des Zorns des Lammes, was nun hier deutlich wird. Das fünfte Siegel beschreibt nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit. Gott beginnt am Anfang und nicht sofort in der Endzeit. Die heilszeitliche Erfüllung des fünften Siegels wäre somit zur Zeit des Todes und der Auferstehung Jesu geschehen. Kapitel 24.9 Das sechste Siegel Offenbarung 6 Vers 12 folgende Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns Im sechsten Siegel geschieht ein Erdbeben, die Sonne verfinstert sich, der Mond wird wie Blut und die Sterne fallen vom Himmel wie die Feigen eines Feigenbaumes. Sind das Bilder oder Beschreibungen von konkreten Ereignissen? Sollen diese Aussagen wörtlich oder bildhaft verstanden werden? Ein eiserner Grundsatz bei der Auslegung der Bibel ist, dass die Bibel mit der Bibel ausgelegt werden muss. Wenn also im sechsten Siegel davon die Rede ist, dass sich die Sonne verfinstert, der Mond wie Blut wird und die Sterne vom Himmel fallen, dann stellt sich zuallererst die Frage, wo in der Bibel schon einmal Ähnliches berichtet wurde. Dabei drängt sich unbedingt der Prophet Joel auf, denn in Joel steht gleich dreimal davon. Kapitel 24.9.1 Noch einmal Joel Joel schreibt dreimal davon, dass Sonne, Mond und Sterne verfinstert werden. Einmal in Joel 2, Vers 10, einmal in Joel 2, Vers 30 bis 31 und einmal in Joel 3, Vers 15. Aber nur in Joel 2, Vers 30 bis 31 schreibt Joel von einem Mond, der zu Blut wird. Diese Stelle hat Petrus in Apostelschichte 2 zitiert. Das ist wichtig. Denn alle drei Begebenheiten berichten von einem jeweils eigenen Ereignis. Joel 2, Vers 10 Schauen wir uns die einzelnen Stellen nacheinander im Detail an. Ausgehend von einer Heuschreckenplage zeichnet Joel ein endzeitliches Bild, das beschreibt, wie Jerusalem von einem großen und mächtigen Volk angegriffen wird. In Joel 2 geht es noch um Heuschrecken. Joel 2, Vers 2 folgende Gleich wie sich die Morgenröte ausbreitet über die Berge, kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird zu ewigen Zeiten für und für. Weiter in Vers 10 Der Text sagt hier also deutlich, dass Sonne, Mond und Sterne deshalb verfinstert werden, weil Gott seinen großen Donner vor seinem Heer hergehen lassen will. Sonne, Mond und Sterne werden also deshalb verfinstert, weil Gott offensichtlich die Heuschreckenplage mit einem großen Gewitter begleitet. Der Himmel verdunkelt sich wegen der Menge der Gewitterwolken. Danach folgt ein eindringlicher Bußruf an Jerusalem. Joel 2, Vers 12 folgende Doch spricht auch jetzt der Herr, bekehret euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und ihn reut bald der Strafe. Schone deines Volkes und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sie herrschen. Warum willst du lassen unter den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Dieser Rhythmus, zunächst einer herannahenden Heuschreckenplage und später eines herannahenden Heeres mit anschließender Buße Zions und schließlich der göttlichen Befreiung, findet sich in Joel insgesamt dreimal. In Joel 2, Vers 10, in Joel 2, Vers 28 und in Joel 3, Vers 15. Joel 2, Vers 10 beschreibt zunächst eine herannahende Heuschreckenplage. Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel. Sonne und Mond werden finster und die Sterne verhalten ihren Schein. Joel 2, Vers 28 folgende hingegen spricht von der Belagerung Jerusalems zu Beginn der 70. Jahrwoche, die dazu führt, dass Zion gebiert. Dort steht, Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Ältesten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird eine Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, auch bei den anderen übrigen, die der Herr berufen wird. Joel 3, Vers 15 hingegen spricht von der allerletzten Schlacht gegen Jerusalem. Denn dort wird beschrieben, dass der Herr aus Zion brüllt, sein Volk und seine Stadt rettet und Jerusalem wieder heiligt. Sonne und Mond werden sich verfinstern und die Sterne werden ihren Schein verhalten. Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme lassen hören, dass Himmel und Erde beben wird. Aber der Herr wird seinem Volk eine Zuflucht sein und eine Feste den Kindern Israel. Und ihr solltet erfahren, dass ich, der Herr, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen Berg wohne. Als dann wird Jerusalem heilig sein und kein Fremder mehr durch sie wandeln. Bei genauem Hinsehen fällt auf, dass bei der ersten Verfinsterung der Himmelskörper in Joel 2, Vers 10 folgende bereits ein Blick bis in die letzte Endzeit gegeben wird, denn Gott will um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Er will den von Mitternacht vertreiben und schlussendlich auch vernichten. Joel 2, Vers 18 folgende So wird denn der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Und der Herr wird antworten und sagen zu seinem Volk, siehe, ich will euch Getreide, Most und Öl die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt, und will euch nicht mehr lassen, unter den Heiden zu schanden werden. Und will den von Mitternacht fern von euch treiben und ihn in ein dürres und wüstes Land verstoßen, sein Angesicht hin zum Meer gegen Morgen und sein Ende hin zum Meer gegen Abend. Er soll verfaulen und stinken, denn er hat große Dinge getan. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch große Dinge tun. Der von Mitternacht ist hier nicht der König des Nordens, der Antichrist, denn der kommt um bei der Belagerung des werten heiligen Berges, Daniel 11, Vers 45. Der von Norden ist hier Assyrien, dass das Reich des Antichristen angegriffen, Damaskus zerstört und sich in Hamageddon gelagert hat, um dort gegen den Antichristen zu kämpfen. Beide, der Antichrist und die Assyrer, werden am Ende der 70. Jahrwoche Jerusalem angreifen. Dann wird der Antichrist auf dem Berg Zion getötet und die Assyrer bis nach Hamageddon getrieben, wo sie vernichtet und zwischen dem Mittelmeer und dem See Genezareth verfaulen werden. Joel 2, Vers 28 hingegen beschreibt das, was oben bereits ausführlich behandelt wurde. Jerusalem wird in der Endzeit zu Beginn der 70. Jahrwoche vom Antichristen belagert. In dieser Belagerung tut Jerusalem Buße und wird wiedergeboren. Danach zieht der Belagerer wieder von der Stadt ab. Joel 2, Vers 28 folgende Es ist die Stelle, die Petrus zu Pfingsten zitiert. Warum tut er das? Und warum zitiert Petrus Joel inklusive der Formulierung, dass die Sonne in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden? Und warum spricht er von Blut, Feuer und Rauchdampf, einem Bild auf ein heftiges Kriegsgeschehen, obwohl das vor 2000 Jahren zu Pfingsten nicht geschah? Weil die Wiedergeburt Jerusalems vor 2000 Jahren zu Pfingsten eine Vorerfüllung von Joel ist. Damals wurde Jerusalem ohne Kriegsgeschehen wiedergeboren. Aber am Ende der Zeit wird Jerusalem mit Kriegsgeschehen wiedergeboren. Weil beide Ereignisse zusammengehören, zitiert Petrus Joel durch Gottes Geist geleitet ganz richtig. Aber sein komplettes Zitat der Joel-Stelle inklusive der Ankündigung einer Verfinsterung der Himmelskörper und eines großen Kriegsgeschehens, das zu Pfingsten damals nicht geschah, sollte uns nachdenklich machen und kann nur erklärt werden, weil wir von den beiden Wiedergeburten Jerusalems wissen, vor 2000 Jahren zu Pfingsten, ohne Krieg, und am Ende der Gemeindezeit dann mit Krieg. Im Prinzip geschieht in Apostelschichte 2 genau das gleiche wie in Jesaja 7. Die Prophetie Jesajas reichte über die Jungfrauengeburt Marias und über die Geburt Jesu Christi hinaus bis in die Endzeit und hat so zwei Erfüllungszeitpunkte. Genau das gleiche gilt auch für die Weissagung Joels. Auch hier werden zwei Erfüllungszeitpunkte in einer Sicht gezeigt. Der zu Pfingsten vor 2000 Jahren ohne Belagerung und die endzeitliche Erfüllung in Jerusalem mit Belagerung. Petrus zitiert Joel, weil sich diese Stelle einerseits auf die Wiedergeburt Jerusalems vor 2000 Jahren bezieht. Andererseits hat sie noch eine zweite Erfüllung, wenn nämlich der Antichrist zu Beginn der 70. Jahrwoche Jerusalem angreift und die Stadt während dieser Belagerung zur Wiedergeburt kommt. Diese Errettung, die Wiedergeburt Jerusalems, kündigt Joel, wie wir das auch schon mehrfach argumentiert haben, auf dem Berg Zion und zu Jerusalem an. Joel 2, Vers 32 Auffällig ist hier, dass von einer Errettung die Rede ist, die auf dem Berg Zion und zu Jerusalem stattfindet, also nicht in ganz Israel. Diese Errettung meint die Wiedergeburt Jerusalems, die folgerichtig von Petrus zu Pfingsten zitiert wurde, und zwar ebenfalls in Jerusalem. Aber diese Errettung reduziert sich nicht allein auf Zion und Jerusalem, sondern diese Errettung wird auch bei den übrigen sein, die der Herr berufen wird, und das ist sehr wahrscheinlich eine Andeutung auf die wiedergeborenen Christen, die in den letzten 2000 Jahren aus den Nationen zur Wiedergeburt fanden. Gleichwohl reicht Joels Perspektive, wie schon gesagt, bis an das Ende der letzten Jahrwoche, denn er beschreibt, dass Gott den von Norden, die Assyrer, die in Hamageddon, nördlich von Jerusalem lagern, vernichten und verfaulen lassen wird. Joel 2, Vers 20 und will den von Mitternacht fern von euch treiben und ihn in ein dürres und wüstes Land verstoßen, sein Angesicht hin zum Meer gegen Morgen und sein Ende hin zum Meer gegen Abend. Er soll verfaulen und stinken, denn er hat große Dinge getan. Kapitel 24.9.2 Zurück zum sechsten Siegel Diese Begebenheiten, die in Joel beschrieben sind, nimmt Johannes in der Offenbarung im sechsten Siegel auf. Damit können wir das sechste Siegel in die letzte Jahrwoche verorten und damit ist der weite Bogen der Siegelgerichte vom Beginn der Welt bis in die 70. Jahrwoche gespannt. Es ist ein grober Überblick der kompletten Heilsgeschichte Gottes, beginnend bei der Beschreibung einer Welt, die unter Gericht steht, in der die Zeugen Gottes aus dem Altenbund den Märtyrer-Tod gestorben sind und die mit den letzten Ereignissen am Ende der 70. Jahrwoche, also mit dem letzten großen Angriff auf Jerusalem und mit der endgültigen Vernichtung des Antichristen und des Assyrers abschließt. Schauen wir uns den Text nun noch einmal an. Offenbarung 6, Vers 12 folgende Das bedeutet, die heranrückenden Heere des Antichristen und der Assyrer verdunkeln die Sonne und den Mond. Aber es kann auch geistlich gedeutet werden, Gottes und Christi Licht vom Himmel verdunkelt sich über diesem grausigen Szenario. Und die Sterne des Himmels, die Menschen in Judah, fielen auf die Erde. Sie starben. Gleich wie ein Feigenbaum, Judah, seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird. Das bedeutet, viele Menschen in Judah werden bei diesem Angriff auf Jerusalem sterben. Dann macht das sechste Siegel einen zeitlichen Sprung bis zur Vollendung, genauso wie Joel das in Joel 2, Vers 12 auch getan hat. Offenbarung 6, Vers 14 Und der Himmel entwisch wie ein zusammengerolltes Buch, und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren Örtern. Und die Könige auf Erden, der Antichrist sammelt alle Könige, die er besiegt hat, zum letzten Kampf in Hamageddon, und die Großen und die Reichen und die Hauptleute und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien, das heißt alle Untertanen im Reich des Antichristen und der Assyrer, verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallet über uns und verberget uns vor dem Angesichte dessen, der auf dem Stuhl sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Christus kommt vom Himmel auf den Ölberg und rettet sein Volk und seine Stadt. Er vernichtet den Antichristen und den Assyrer. Denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Das sechste Siegel ist tatsächlich eine große, endzeitliche Schau bis zur schlussendlichen Vollendung und bis zur Wiederkunft des Lammes. Es ist zeitlich einzuordnen aufgrund der Vorgaben von Joel. Und auch das sechste Siegel ist nur verständlich, weil wir von der Wiedergeburt Jerusalems wissen. Denn damit können wir Joel sehr gut verstehen und wissen, dass Joel 2, Vers 30 folgende von Pfingsten, aber auch von der endzeitlichen Wiedergeburt Jerusalems spricht. Weil der Mond zu Blut wird und im sechsten Siegel die gleiche Formulierung verwendet wird, dürfen wir beide Ereignisse zusammenführen. Die Kenntnis darüber, dass Israel in ein Südreich und ein Nordreich getrennt wird, erklärt bestens, warum Joel im ganzen Buch mehrfach zwischen Judah, Jerusalem und Zion einerseits und dem ganzen Land oder seinem ganzen Volk andererseits unterscheidet. Das ist ein wichtiger Beweis dafür, dass Israel in der Endzeit auseinanderbricht. Kapitel 24.10 Das siebte Siegel In Offenbarung 8, Vers 1 folgendes steht Und als das Lamm das siebende Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Das siebte Siegel schließlich enthält die sieben Posaunengerichte, auf die weiter unten gesondert eingegangen werden soll. Kapitel 24.11 Zusammenfassung In den sieben Siegeln der Offenbarung wird nun auch das Geheimnis der Gemeinde angesprochen. Es ist allerdings sehr verborgen und nur dadurch zu sehen, dass man das sechste Siegel mit dem Blutmond in Verbindung mit Joel 2 bringt. Eine Stelle, die Petrus vor 2000 Jahren zu Pfingsten in Jerusalem zitiert hat, nämlich zu dem Zeitpunkt, als zum ersten Mal Wiedergeburt geschah. Sogar die Heidengemeinde ist angesprochen worden. Das ist eine große prophetische Schau, die Joel uns hier gibt und das sechste Siegel erklärt. Somit ist hier keine freie Deutung oder Interpretation des sechsten Siegels erfolgt, sondern sein Inhalt wurde in Verbindung mit einem alttestamentlichen Text gebracht, der das sechste Siegel erläutert. Das ist wichtig, um Spekulationen zu verhindern, weil die Bibel mit der Bibel ausgelegt werden muss. Gott fängt in der Prophetie der Johannes-Offenbarung nicht einfach irgendwo in der Zukunft an, sondern er gibt uns mit den sieben Siegeln einen ersten groben Aufriss über seinen Plan mit der Welt, wie ein Regal, dessen Fächer erst nach und nach im Verlauf der Offenbarung gefüllt werden. Gott zeigt uns in den Siegelgerichten eine Welt, die unter Gericht steht und fürs Gericht aufbewahrt ist. Inmitten dieser Gerichte zeigt er die Schar alttestamentlicher Märtyrer, die für das Wort Gottes ihr Leben lassen mussten. Aber Jesus Christus steht am Anfang und am Ende der Siegel und der Weltgeschichte. Er ist das Alpha und das Omega. Er bildet den Anfang als Reiter auf einem weißen Pferd und das Ende als das Lamm, dessen Zornestag am Ende der Zeit offenbart wird. Und das ist das сначала ein Schatz verösentligt, dass du die Schatz den einen Schatz Aber der Menschen